Er hat mit seiner Frau noch gesprochen. Seine Frau hat sich vor ihm hingekniet. Er hat den Mund aufgemacht und er hat ihr durch den Mund in den Kopf geschossen. Und ich wollte weggucken, aber er hat nur zu mir gesagt, und du guckst zu. Und dann hat er sich mit dem Rücken zu mir gesetzt und hat sich auch erschossen. Unklar ist, wie Pinzen an die Waffe gekommen ist. Er war im Sicherheitstrakt des Untersuchungsgefängnisses inhaftiert. Nach den Schüssen im Präsidium Fragen über Fragen an die verantwortlichen Senatoren. Ich habe meine Jacke angezogen, aber nicht meinen Hut genommen. Dritten Sie zurück. Mord und Selbstmord im Präsidium. Das Ende jahrelanger Ermittlungen der Fachdirektion Organisierte Kriminalität und der Soko 855. Dieses war ein Stich ins Herz. Das war eine Situation, die alles sprengte, was man an Vorstellungskraft hatte. Mit einem Trick hat ein mobiles Einsatzkommando drei Monate zuvor Werner Pinsner überwältigt. Nur in eine Decke eingehüllt, steht er wenig später vor dem Staatsanwalt und nennt Auftraggeber und Mittäter. Wir hatten nach der Festnahme Pinsners eine völlig neue Situation. Und zwar die, dass wir einen Killer festgenommen hatten, der faktisch unser wichtigster Zeuge war gegen jene, die ihn beauftragt hatten. Und der nochmal ein Schlaglichtjahr warf auf die Strukturen innerhalb des Rotlichtmilieus. Acht Auftragsmorde, gesteht Werner Pinsner. Fünf davon schildert er in den kommenden drei Monaten bis ins Detail. Das Verbrechen an dem Bordellbesitzer Jehuda Arzi, der sich in einer Kieler Wohnung vor seinen ehemaligen Geschäftspartnern und seiner rachsüchtigen Ex-Frau versteckt hält. Den Mord an dem Bordellbesitzer Peter Pfeilmeier, den er in einen Hinterhalt lockt und mit einem Kopfschuss tötet. Den Tod von Dietmar Traub, genannt Lackschuh, dem er bis nach München folgt, um ihn in einem Wald bei Ottobrunn zu erschießen. In Hamburg-Schnilsen tötet er den Bordellbesitzer Waldemar Dammer und dessen Wirtschafter Ralf Kühne. Stolz verkündet der Lohnkiller, ich habe von Flensburg bis München gemordet. Der polizeiliche Erfolg, einen Lohnkiller zur Strecke gebracht zu haben, war im Frühjahr. Da waren noch viele Monate bis zur Wahl hin. Das spielte in Bezug auf die Wahl keine Rolle. Das andere spielte eine Rolle. Dass es nachher so schrecklich ausging und dann war der Wahltermin auch schon näher gerückt oder man war näher an den Wahltermin herangerückt. Da spielte es eine ganz große Rolle. Der Stern hat sehr gute Berichterstattung gehabt über diesen Fall, weil sie eben per Exklusivvertrag an Informationen gekommen sind, die mich interessiert haben als Hamburger Lokalreporter. Und ich wiederum hatte Informationen, die der Stern nicht hatte. Und vor allem viele, viele Bilder. Denn ich erinnere mich damals, dass die Polizei zwar Pinzners Wohnung und alles durchsucht hatte, aber seinen Dachboden vergessen hatte. Und irgendein Nachbar hatte auf dem Dachboden eine Kiste mit Fotos von ihm gefunden und mir wieder angeboten. Und dann habe ich schließlich beim Stern angerufen und gesagt, ich habe eine tolle Geschichte und ich habe eine Kiste voller Bilder, wollen wir nicht tauschen. Und so sind wir uns dann einig geworden. Ein Auftragskiller wird vermarktet. Seine Anwältin, die zwölf Jahre lang den bis dahin unbedeutenden Kriminellen vertreten hat, wittert ihre große Chance. 50.000 Mark gehen über den Tisch. Es gab die Absprache zwischen der Rechtsanwältin und mir, sich eben halt nicht mit anderen Medien zu unterhalten, sondern das nur über mich laufen zu lassen, weil sie natürlich auch gebunden war mit ihren Auskünften. Es gab dann aber Einladungen von Talkshows beim NDR, wo sie eingeladen wurde und so weiter. Da ist sie natürlich nachgekommen, weil diese Dynamik, die sich damals entwickelte, dieses öffentliche Interesse um diesen Fall Pinsner, hat alle Beteiligten. Egal, ob es Journalisten waren, ob es Juristen waren, ob es Polizisten waren, hoffnungslos überfordert. Der plaudernde Killer, genannt Mucki, gibt Geheimnis um Geheimnis preis. Tatorte und Opfer, Höhe des Kopfgeldes und vor allem Auftraggeber. Sie sagten, wir hätten 20.000 schon gekriegt, von dem war der Auftrag und warum, wenn Sie das wissen. Das sollte auch von der Linie herkommen, das sollte für den Stefan, für den Gidio insgesamt 60. 40 habe ich gekriegt für den Gidio, mit Weidi und so zusammen, die drei, die Klicke, sollte weg. Ich erinnere an eine Situation, da hatten wir eine Vernehmung durchgeführt und da gab es Kuchen nachmittags. Gab es Kuchen, das kam vor, es war okay. Jeder hat ein Stück Kuchen gegessen und das ist ja nichts, damit besticht man niemanden. Das ist einfach eine zwischenmenschliche Geschichte. Jeder hat Hunger und da gab es halt Kuchen. Und da gab es, glaube ich, sogar Schwarzwälder Kirschtorte. Und die Anwältin legte das Messer, das war ein großes Messer von unserer Schreibkraft. Das diente natürlich nur zum Kuchenschneiden und zum Auffüllen. Die legte das Messer immer so, dass Werner Pinzner eigentlich dahin hätte hinlangen können. Und jedes Mal, wenn sie das Messer niederlegte, habe entweder ich oder Herr Schulz zugefasst und das Messer sofort wieder zu uns gedreht. Das war damals einfach nur unangenehm, dass man sagt, ist die nicht sensibel, man kann doch nicht einfach so ein Messer so hinlegen. Aber im Nachhinein sehe ich da natürlich etwas Schlechteres drin als damals. Nur das war eine komische Situation. Das würde man eigentlich nicht tun. Zu seinem Schutz wird Werner Pinzner an immer neuen Orten vernommen. Es hat verschiedene Beobachtungen gegeben an der Direktion Ost, am Gebäude der Direktion Ost, dass dort Personenbeobachtungen durchgeführt haben, Fotos gemacht haben, sich an der Kontrolle dann entzogen haben, also abhauen konnten. Dass wir da immer wieder befürchten mussten, er wird entweder befreit oder aber er wird erschossen. Diese beiden Befürchtungen hatten wir schon. Dass von außen Auftraggeber Interesse daran hatten, dass er nicht weiter aussagt. Was wird der drogensüchtige Mörder noch gestehen? Für die Kiezgrößen ist der inhaftierte Lohnkiller genauso gefährlich wie der Auftragsmörder mit der 38er im Hosenbund. Hatten Sie dann Angst, dass man Ihnen da eventuell... Nö, ich weiß nicht, wie das ist, ne? Denn ich habe ja nun für diese Leute was gemacht und ich brauchst einfach damit rechnen, dass auch ich irgendwann mal drankomme, ne? Da habe ich irgendwie immer mit, nach dem ersten Ding. Ja, ich bin mitwisser nun gewesen und das sind Leute, die vielleicht im Grunde genau schon allein von meiner Schnauze hier gar keinen Bock auf mich hatten. Es gab also Pläne, Werner Penzner, den Killer selbst umzubringen. Und hierfür war auch ein Tatort schon ausgeguckt worden. Werner Penzner sollte hierher gelockt werden und sollte, wie, weiß ich nicht, auf jeden Fall umgebracht werden. Und Spuren sollten vernichtet werden, indem man seinen Leichnam, Kampfhunden zum Fraß vorwerfen wollte. Von Auftragskillern hatte man bis dahin zwar gehört, gelesen, wusste, dass es so etwas in der Mafia in Italien gibt, aber man hätte doch nie geglaubt, dass es hier, dass in Hamburg so ein Mensch rumläuft. Seine Geständnisse garniert Penzner mit Details. Er, der wichtigste Zeuge der Staatsanwaltschaft, ist der Verräter aus der Unterwelt. Wer kassiert in den Bordellen? Wie brachten die St. Pauli-Größen den Strich an der Süderstraße unter Kontrolle? Also ich habe das schon so empfunden, dass da so eine Art Atmosphäre war, wie man sich das eigentlich so früher in Chicago vorgestellt hat. Es gab Machtkämpfe, Revierkämpfe, Schießereien und dann eben auch zunehmend Morde. Alt-Zuhälter gegen Jungluden, GmbH gegen Nutella. Und immer wieder dieselbe Waffe, ein Arminius-Revolver vom Kaliber 38 Spezial. In den Puffs verdirbt die Aids-Angst das Geschäft. Aus Partnern werden Todfeinde und Tote. Bordellboss Mischal Luchting wird mit vorgehaltener Waffe gezwungen, sich in einem Wald aufzuhängen. Ich meine, ehrlicherweise, es war natürlich für uns Journalisten, war so ein Ludenauflauf, war natürlich auch klasse. Weil wir haben natürlich auch fotografiert. Man hatte natürlich dann Bilder von allen Beteiligten, die später tot oder lebendig im weiteren Fortgang der Dinge eine wesentliche Rolle gespielt haben. Und sie kamen alle. Also man hatte alle. Alles, was Rang und Namen hatte in der deutschen Rotlicht- und Verbrecherszene, hatte man auf Bild, hat sie mal gesehen, konnte auch so ein bisschen einschätzen, wer wie mit wem. Das war schon spannend. Und die Strukturen waren ja schon sehr viel tiefer und verfestigter und internationaler, als man überhaupt wahrhaben wollte. Werner Pinsner will dazugehören. Skrupellosigkeit ersetzt bei dem Kleinkriminellen aus Hamburg-Bramfeld die Cleverness. Über eine abgebrochene Schlachterlehre, die Bundeswehr und die Seefahrt, kommt er als Hilfskellner nach St. Pauli. Seine Tochter wird geboren. Die erste Ehe scheitert. Und nach einem Raubüberfall sitzt er neun Jahre im Gefängnis. Erste Drogenerfahrungen. Mucki schmückt sich mit Statussymbolen und wird vom Milieu entdeckt. Der Mann fürs Grobe. Das war der erste Auftrag, den sie übernommen hatten. Dann wurde mir gesagt, ich soll den Fänger erpacken, ob ich sowas machen würde. Und dann sagt er, ja, wie willst du das machen? Ich sag, ich gehe hoch und knall ihn weg. Es wurde mal gesagt, ich kann nicht schneller laufen, als ein neun Millimeter fliegt. Und davor hatten sie alle Respekt. Sie wussten, dass Werner Pinzner im Grunde genommen keine Skrupel hat, seine Waffe zu benutzen. Das haben wir ja nun inzwischen auch erfahren. Immobilienhaie versuchen, die letzte Mark aus den Bordellen herauszuholen, denen aus Furcht vor Ansteckung die Freier ausbleiben. Die Zuhälter schnupfen sich mit Koks ihre Misere schön und entdecken, dass mit Rauschgift das wirklich große Geld zu machen ist. Man redet nicht zuletzt in Italien oder in den USA auch von syndikalisiertem Verbrechen, von Parallelgesellschaft. Das heißt, organisierte Kriminalität durchläuft Entwicklungsstufen. Und die spannende Frage für uns war damals, auf welcher Entwicklungsstufe stehen wir hier eigentlich? Beim ersten Auftragsmord wird in der Ritze der Chinesen Fritz vom Barhocker geschossen. Wie bei Mäcke Messer hat keiner was gesehen, gehört, gewusst. Männer des Ausgleichs überleben. Hanne Kleine macht Profiboxer wie René Vella fit fürs Leben, im Ring und außerhalb. Sein Boxring unter der Ritze ist Treffpunkt für Politik, Porno, Prominenz und Polizei. Ich sag, früher war es so, da ging man vor die Tür, hat sich geprüht, ist wieder reinhängig, hat weiter gesoffen. Dann wurde die Sache erledigt. Und jetzt kommen sie gleich mit Mössern und Pistolen und was nicht alles. Aber Hamburg war, St. Pauli war für mich was ganz Besonderes. Wenn ich das höre, GmbH, das waren alles die Anfangsbuchstaben von den Leuten, Gerd und wie sie alle hießen, Michel und was. Und das waren alles solche harmlösen, netten Jungen. Also war keiner, kein Schläger, nichts, überhaupt nichts bei. Oder dann die Nutella-Band. Nutella haben sie die genannt, weil das, was siehst du, kleine Jungs waren das. Auch die kleinen Jungs wollen ans große Geld. Doch die Familie will unter sich bleiben. Pinsners 38er soll Ruhe schaffen. Und reist am Ende alle ins Verderben, auch seine Auftraggeber. Erinnerungen an bessere Zeiten. Hier zum Beispiel Ronny Bix, der Posträuber. Der Posträuber, Ronny Bix, mit mir in Rio. Da auch, das ist mit dem Peter Nüsser hier zusammen. In Rio, Ronny Bix, Peter Nüsser. Hier bin ich mit dem Ronny. Waren dann alles sehr gute Gäste und auch gute Bekannte jetzt von mir geworden. Das ist doch klar. Da kommt auch ein guter Bekannte von mir, ein guter Freund, Helmut und Willi Bartels. Ex-Innensenator Rolf Lange und Immobilienkaufmann Willi Bartels zu Gast bei Hanne Kleine in der Ritze. Franz Josef. Franz Josef, in der Ritze. Meine Frau hat jetzt vor, diesem Bau den Namen zu geben. Ich gebe diesem Haus den Namen Eros Center. Prost! Wir haben sehr viele Grundstücke auf St. Pauli. Vermietet und verpachtet. Ich möchte Frau schicken, dass ich direkt mit St. Pauli nichts mehr zu tun habe. Die Hansestadt. Weltoffen und liberal. Mit einem, der immer nur vermietet und verpachtet, hat die Hamburger Gesellschaft keine Probleme. Die Stadt verdient an den Immobiliengeschäften und kassiert die Steuern. Ich habe meine Sachen auch geschützt. Aber was wollen sie machen, wenn so ein Volk kommt und sie stehen da selbst vor der Kanone und sie wissen nicht, was sie sagen sollen. So ungefähr war das doch. Wenn sie zu mir gekommen wären, dann hätte ich meinen Ballermann gezogen und hätte sie umgelegt. Aber es ist keiner gekommen zu mir. Ein Gruppenbild aus den 80er Jahren. Den hier versammelten Zuhältern und Bordellbetreibern ist St. Pauli inzwischen etwas eng geworden. Neue Märkte von Flensburg bis Konstanz werden erschlossen. Am Hamburger Straßenstrich und jenseits der Stadtgrenze, auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, geben die Kiezgrößen längst den Ton an. St. Pauli wird exportiert. Es gab zum Beispiel im ländlichen Bereich um Hamburg herum ein sehr starkes Bedürfnis, eben halt einfach Amüsierbetriebe, Bordelle und so weiter aufzuziehen, die natürlich auch einen erheblichen Umsatz brachten. Weil es ist doch klar, ein Hamburger Politiker können ja nicht zur Reeperbahn gehen. Die Ermittler der Fachdirektion Organisierte Kriminalität beginnen die Strukturen des Rotlichtmilieus unter die Lupe zu nehmen. Für die folgende Machtkämpfe braucht man keine Lupe mehr. Fünf Männer sterben innerhalb von neun Monaten durch Kopfschüsse. Der Revolver stammt aus der Szene. Und Werner Pintner ist fest entschlossen, sich damit nun einen Platz auf der Sonnenseite des Milieus zu erkämpfen. Und für seine Jutta, die er inzwischen geheiratet hat. Sollte er Skrupel haben, so hilft sein ständiger Kokain-Konsum, sie zu vertreiben. Er geht über Leichen, auch über die seines Freundes Dietmar Traub, genannt Lackschuh. Am Ende seiner Killerlaufbahn muss ihn das Milieu mit Heroin ruhig stellen, das ihm seine Verteidigerin mit der Anwaltspost in die Zelle bringt. Viele dieser Morde hingen ja mit internen Machtkämpfen unterschiedlicher Gruppen, die um Vorherrschaft, um sozusagen verbrecherische Märkte gekämpft haben. Und auch dieses hängt ja damit zusammen, dass sie geglaubt haben, in Hamburg könnte man das besonders erfolgreich machen. Und insofern sind hier immer Wechselbeziehungen zwischen der gesellschaftlichen Entwicklung und dem politischen Verhalten der Regierenden da. Für die CDU, die sich in der Bürgerschaft wegen der Hausbesetzungen an der Hafenstraße ohnehin bereits auf das Thema innere Sicherheit eingeschossen hat, werden Pinzners 38er-Patronen zur idealen Wahlkampfmunition. In der SPD liegen die Nerven blank. Wir hatten einen NPD-Parteitag in Hamburg, der fast wie ein Belagerungszustand im City-Bereich wirkte, weil es eben Gegendemonstrationen gab, alles leider auch mit Gewalttätigkeiten verbunden. Und das erforderte schon sehr viel Umsicht, sehr viel Härte, sehr viel Durchgriffsvermögen. Nach einer Anti-Atom-Kraft-Kundgebung. Die Polizei hält hunderte Demonstranten stundenlang fest. Der Hamburger Kessel. Klaus von Donahni tritt mit einem Eingeständnis vor die Presse. Das Heilige Geistfeld war ein Fehler. Der Fehler wird sich nicht wiederholen. Von daher war meine Situation auch schon schwierig. Das muss ich sagen. Sie war aber innerparteilich und wohl auch in weiten Teilen der Presse inzwischen sozusagen verdaut. Aber was dann mit Pinzner passierte, war, ich sag mal, der Tropfen, der oben drauf kam und das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat. Pinzner war der Auslöser dann. Die ersten Kontakte zu den Kiezgrößen knüpft Werner Pinzner in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel. Santa Fu gilt, wenn man schon einsitzen muss, als Traumknast. Drogen werden eingeschmuggelt und Kassiber mit Geschäftsanweisungen hinaus. Fast regelmäßige Tage der offenen Tür lassen die Inhaftierten von vorzeitiger, wenn gleich illegaler Freiheit träumen. Ich werde nach wie vor alles daran setzen, einen modernen, liberalen Behandlungsvollzug voranzutreiben. Auch Werner Pinzner nimmt an diesem liberalen Strafvollzug teil. Verurteilt wegen Mittäterschaft an einem Überfall, bei dem ein Supermarktleiter zu Tode kam, sitzt er neun von zehn Jahren Haft ab. Die Reststrafe verbüßt er als Freigänger in der Justizvollzugsanstalt Vierlande. Hier soll er resozialisiert werden. Der Freigänger Pinzner beschafft sich eine Waffe, deponiert sie in seinem Schließfach in der Haftanstalt. Von hier aus und mit dieser Waffe begeht er einen Rauüberfall und einen Mord, den an Jehuda Arzi in Kiel. Das war dann quasi der erste Auftragsmord während der Haftzeit. Und mit dieser Reputation ist er ja dann auch aus der Haft entlassen worden letztendlich. Und ist dann so ins Milieu gekommen. Bei seiner Rückkehr wird der Freigänger nicht gleich am Eingang kontrolliert. So kann er die Waffe problemlos wieder in seinem Schließfach deponieren. Der nächste Auftrag kann kommen. Dem St. Pauli-Killer werden Anteile an einem Bordell versprochen. Werner Pinzner arbeitet an seiner Kiez-Karriere. Wenn er auftauchte mit seinem Mercedes, dann möglicherweise im Fond gesessen hat und mit den weißen Handschuhen aus dem geöffneten Fenster gewunken hat in Richtung dieser Milieugrößen, dann haben sich denen schon die Nackenhaare gesträubt. Und da war schon die Befürchtung da, dass sie auf der Liste stehen. Ralf Kühne, Fan amerikanischer Corvette-Sportwagen, steht nicht auf der Liste und stirbt trotzdem. Als unliebsamer Zeuge an der Seite von Waldemar Dammer. Pinzner erschießt gemeinsam mit einem Mittäter, den Bordellbesitzer und dessen Wirtschafter in einem Einfamilienhaus in Hamburg-Schnellsen. Mit diesem Doppelmord werden Pinzner, sein Auftraggeber und dessen Komplizen zum Risiko für die ganze Familie, die noch einmal gemeinsam trauert. Bevor sie der Polizei die entscheidenden Hinweise gibt. Werner Pinzner ist noch immer der Mucki. Und noch immer hat er keine Anteile an einem Bordell. Man fürchtet ihn. Respekt hat niemand. Bin ich der Nächste auf der Liste? Fast alle Zuhälter plagt inzwischen diese Frage. Der Ursprung ist nur dieser blöde Koks. Das ist die, was meine Meinung ist. Sonst würden die alle noch leben und hätten ja keiner was gemacht. Der Einstieg ins Drogengeschäft sorgt bei der GmbH und den Jungs von Nutella noch ein letztes Mal für volle Kassen. Was die Polizei bereits ahnt, wird auf dem Kiez verdrängt. Internationale Zuhältergruppen rüsten zur Machtübernahme auf St. Pauli auf. Die deutschen Muden tanzen auf dem Vulkan. Wer hat das größte Auto, wer hat die schönsten Frauen, wer hatte die größten Muckis. Die sind alle ins Fitnessstudio gegangen, ins Sonnenstudio. Die haben sich eigentlich tagsüber nur mit ihrem Körper und mit ihrer Körperbräune beschäftigt. Und abends dann war Schaulaufen auf dem Kiez. Ja, und dann haben sie, also wenn die in Urlaub fuhren, dann nahmen sie nicht, also Michael Luchting, bevor er umgebracht wurde, die GmbH war ja zum Teil über den Sommer über, haben die hohen Herren ihre Ferien auf Gran Canaria verbracht, mitsamt der Mädels, mit Rennwagen, die eingeflogen wurden, mit Sportjachten, die im Hafen lagen und so weiter. Also die haben schon auf großem Fuß gelebt, die Herren. Jedenfalls die Spitze. Und Mucki Pinzner darf zusehen. Mehr nicht. Die fehlende Anerkennung macht den Lohnkiller gefährlich. An seiner Seite Jutta Pinzner. Er hatte ja, das wurde ja sehr deutlich von Anfang an, auch seine eigene Aussagebereitschaft von dem, jetzt nenne ich das mal so im Nachhinein, von dem Wohlbefinden seiner Frau abhängig gemacht. Und davon, dass die Polizei auch sicherstellt, dass ihr nichts passiert möglicherweise, ein Racheakt aus dem Milieu heraus nun sich gegen Frau Pinzner oder seine Tochter richtet. Das waren ja seine Gedanken, die er äußerte uns gegenüber. Bedingungslos vertraut Jutta ihrer großen Liebe. Bis in den Tod. Pinzners Tagebuch aus der Untersuchungshaft. Die Chronik eines angekündigten Todes. Werner Pinzner wollte nicht nur allein nicht weiterleben. Es war seine Frau von ihm abhängig, willenlos, die auch nicht weiterleben wollte. Er wollte dann auch noch ein letztes Mal der Killer sein, der Shooter. Im Polizeipräsidium am Berliner Tor. Der Trakt der Soko 855 ist abgetrennt und besonders gesichert. Bei den Vernehmungen ist nicht nur Pinzners Anwältin, sondern auch dessen Ehefrau Jutta dabei. Die Ermittler wollen den geständigen Mörder bei Laune halten. Und er hat immer solche Zugeständnisse, sich Sonderwünsche erfüllen lassen. Und immer wie eine Karotte vor der Soko und vor dem Staatsanwalt damit gewedelt, es gäbe noch sehr viel mehr, über das er auspacken könnte. Und da wollten die ran, was ich auch verstehen kann. Werner Pinzner ist Hamburgs bestbewachter Häftling. Mit ihm Kontakt aufzunehmen, sei eigentlich unmöglich, glaubt die Justiz. Es war für mich doch sehr einfach, einen Fragenkatalog zu Mucki Pinzner zu bringen, den er handschriftlich beantwortete und den er auch wieder rausgekriegt hat und der dann veröffentlicht wurde. Das heißt, es gab die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme über den Schriftverkehr. Es gab die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit Mitgefangenen, was ja eigentlich nicht sein soll in einer untersuchungshaften Stadt, was aber passiert. Es gab die Möglichkeit, dass auf dem Wege der Korruption Informationen an ihn herangetragen wurden oder andere Sachen. Kommt selbst der Tipp, wann Pinzner beim Hofgang fotografiert werden kann, vom Kiez? Er notiert in seinem Tagebuch, die Anwältin verkauft Dokumente von mir ohne Erlaubnis, bestellt Fotografen, die mich abschießen. Es gab genügend Hinweise darauf. Es gab genügend Dinge, die darauf zeigten, dass bei Werner Mucki Pinzner etwas eingesetzt hatte, was also ganz weit abgehoben war und der jede Möglichkeit genutzt hätte, etwas zu realisieren, was also außergewöhnlich gewesen ist. Ich bin selbst Teil dieser Maschinerie um ihn herum geworden. Die Idee, die Medien einzuspannen und noch einmal richtig groß rauszukommen, scheint den todessüchtigen Werner Pinzner zu faszinieren. Und es ist dann so gewesen, dass eines Tages Rechtsanwältin, Jutta und Tochter, an mich herantraten und ich dann in einem sehr privaten Gespräch mit Jutta erfuhr, dass Werner Mucki Pinzner einen sogenannten Exitus Triumphalis plane. Jutta Pinzner beschreibt in ihren Briefen ihre Angst. Bis zuletzt kommt sie mit der Anwältin zu den Vernehmungen ihres Mannes. Ich erinnere einen Tag, wo sie sich nicht haben durchsuchen lassen. Da sind sie umgekehrt. Erbußt, haben sie getan. Erbußt, dass man sie durchsuchen will. Natürlich, weil man dann die Waffe gefunden hätte. Oder eine Waffe. Das war der Grund, warum sie nicht reingekommen sind, beide nicht. Sonst gäbe es keinen Grund. Vielleicht war die Waffe damals auch nur in der Tasche. Das wissen wir ja nicht. Und die Taschen hat man, die Behältnisse hat man letztendlich immer durchsucht. Und hätte man damals schon eine Sonde gehabt, wie wir sie ja beantragt hatten, mehrfach, dann wäre das aufgefallen. Einem Körper diese Waffe verstecken, hätte man zwar können, aber durch die Sonde wäre es rausgekommen. Es ist der 18. Juli 1986, an dem Jutta Pinzner die Durchsuchung verweigert. Und an diesem 18. Juli findet der Haftrichter bei der Postkontrolle eine Karte Pinzners an seinen Bruder. Jutta und ich fliegen heute nach Sri Lanka. Dass es wirklich ein Abschiedsbrief war, erfahren Soko und Staatsanwalt elf Tage später nach den Schüssen im Präsidium. Ich habe dann in der Untersuchungshaftanstalt angerufen, habe die Abteilungsleiterin gebeten, in die Zelle Pinzner hineinzuschauen, im Klartext zu klären, ob Pinzner noch lebt. Und sie rief zurück und sagte, es sei alles ganz normal, er hielt sie sich in seiner Zelle auf und es sei nichts Besonderes. Wie nah Werner Pinzner seinem Ziel, dem gemeinsamen Selbstmord mit Jutta, schon ist, ahnt niemand. Auch nicht der Staatsanwalt Wolfgang Bistri. Bistri hat dann noch mit der Anwältin von Pinzner telefoniert, ihr den Inhalt dieser Nachricht, dieses Abschiedsbriefes vermittelt. Und sie gefragt, ob sie damit etwas anfangen könne. Und die Anwältin sagte zu Bistri, das sei alles Unsinn, das sei der größte Schwachsinn aller Zeiten, so etwas denken zu wollen. Im Nachhinein ist es das Ungeheuerste in dem Verhalten dieser Anwältin. Sie hat mit diesem Satz das letzte Stückchen Vertrauen erhalten. Sie hat dafür gesorgt, dass am 29.07. mit diesem letzten Stückchen Vertrauen Jutta Pinzner mit der Waffe ins Präsidium kommen konnte. Sie, Bistri und ich sind derselbe Examsjahrgang, 1974. Man kennt sich, man hat zusammen in Hauptverhandlungen gesessen, man hat in Verhandlungspausen zusammen Kaffee getrunken. Sie war meine Nachbarin. Ein Selbstmord im Polizeipräsidium? Das übersteigt die Vorstellung aller Beteiligten. Ich wusste immer, wenn irgendwas kommt, dann durch die Anwältin. Und das Problem ist immer, die Anwältin ist durch ihre schwarze Robe wirklich durch das Gesetz geschützt. Man kann sie nicht einfach durchsuchen. Die rechtliche Grundlage gibt es doch gar nicht. Das haben ja immer viele vergessen. Man hat gesagt, ja, das hättet ihr machen müssen. Ja, hätte, hätte. Rechtlich war das nicht machbar. Mit der Anwaltspost kommt neben der letzten Drogenration auch Jutta Pinzners finale Botschaft. Die Gamaschkrie ist hier, mit fünf Körnern. Ganovensprache. Es ist der Revolver mit den fünf Patronen. Ich glaube nicht, dass Bistri Angst gehabt hat vor ihm. Für Bistri stand einfach im Vordergrund, alles was möglich ist, aus Werner Pinzner rauszuholen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er Angst hatte vor ihm. 29. Juli 1986. Werner Pinzner wird erneut ins Polizeipräsidium gebracht. Auch Staatsanwalt Bistris Geduld kennt Grenzen. Es soll die letzte Vernehmung werden. Die Soko will den 39-Jährigen ein letztes Mal zu seinen Hintermännern und weiteren ungeklärten Morden befragen. Alle wissen, wenn jetzt nichts mehr kommt, ist Schluss mit Juttas Händchenhalten beim Mordgeständnis. Mehr als die Rechtsbelehrung wird die Protokollführerin Gitta Berger an diesem Vormittag aber nicht mehr in ihre Maschine tippen. Als die Kriminalbeamten den Häftling ins Zimmer 418 führen, sitzen zu ihrem Entsetzen und entgegen der Absprache, dessen Ehefrau und die Anwältin bereits am Tisch. Eingelassen von Staatsanwalt Wolfgang Bistri. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Max von Oesting zu Werner Pinzner gesagt hat, na nun schieß mal los. Das war aber natürlich in einem ganz anderen Zusammenhang gemeint, sondern er wollte einfach, dass Werner Pinzner jetzt endlich anfängt und noch was aussagt zu den Morden, die er begangen hat. In dem Moment ist es so gewesen, dass Werner Pinzner aufgestanden ist und die Waffe in der Hand hielt und dann gesagt hat, so, das ist eine Geiselnahme, ihr geht raus und ihr bleibt hier. Es stürmten also Max und Timo wie von einer Tarantel gestochen raus, die Tür war auf und im gleichen Moment wieder zu. Die beiden sind draußen gewesen, also so schnell konnte man das gar nicht irgendwie realisieren. Und ich habe immer nur gedacht, das ist keine echte Waffe, die der da hat, wo soll er die hier haben? Aber in dem Moment stand Wolfgang Bistri auf und hat einen Schritt in seine Richtung gemacht. Und Werner Pinzner hat geschossen, der hat ihm einfach in den Kopf geschossen. Wolfgang Bistri ist zu Boden gefallen und ich bin in dem Moment unter meinen Schreibtisch gekrochen, weil ich da gemerkt habe, das ist doch echt. Ich kann mich auch erinnern, dass er zwischendurch Patronen aus der Hose geholt hat und seinen Revolver nachgeladen hat. Und dann habe ich immer nur noch gedacht, jetzt hat er so viel, die reichen für dich auch noch. Er hat mit seiner Frau noch gesprochen. Seine Frau hat sich vor ihm hingekniet. Er hat den Mund aufgemacht und er hat ihr durch den Mund in den Kopf geschossen. Und ich wollte weggucken, aber er hat nur zu mir gesagt, und du guckst zu. Und dann hat er sich mit dem Rücken zu mir gesetzt und hat sich auch erschossen. Und ich weiß nicht, was diese Anwältin in dem Moment gemacht hat. Ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich sie dann angeschrien habe. Sie möchte doch bitte mithelfen, die Schreibtische wegzuschieben, dass wir endlich aus diesem Raum rauskommen. Ich war relativ schnell da, stand draußen vom Zaun. Dann landete ein Rettungshubschrauber. Dann wurde der Staatsanwalt damals noch rausgetragen. Und dann hörte ich natürlich von Leuten, die ich da kannte, so die ersten Bruchstückinformationen. Pinzner, Waffe, Geschossen. Es war das absolute Chaos. Unvorstellbar. Einem war natürlich sofort klar, dass aus so einem Riesenerfolg, der da war, also ein Riesenskandal wurde. Also es war eigentlich für alle unvorstellbar, wie das passieren konnte und was da passiert ist. Die aufgedeckten Pannen und Schlampereien im Gefängnis und im Polizeipräsidium, das war dann einfach zu viel. Und gefährdete akut den Wahlsieg der SPD. Herr Reinhardt, aber nehmen Sie Stellung. Derjenige, der die politische Verantwortung trägt, hat auch die Konsequenzen zu tragen. Ich bin heute von meinem Amt zurückgetreten. Im Gegensatz zu seinem Innensenator Lange ist Hamburgs damaligem ersten Bürgermeister Klaus von Donani offensichtlich bis heute die Dimension des Falles nicht recht klar. Der Fall Pinzner war für ihn kein für Hamburg besonders typischer Kriminalfall. Sind Eva Leithäuser und Rolf Lange Bauernopfer, die den Regierenden das Überleben sichern sollen? Man muss ganz deutlich sagen, ich hätte auch die Schuld für die erwartete Wahlniederlage in die Schuhe geschoben bekommen. Und das ist natürlich auch ein bisschen Selbstverteidigung, wenn man dann sagt, das lasse ich mit mir nicht machen. In ihrer Kleidung versteckt hat Jutta Pinzner die Waffe ins Präsidium gebracht. Die letzte Tatwaffe des Auftragsmörders. Auch sie kommt aus dem Milieu, die Anwältin hat sie beschafft. Noch einmal ist Pinzner, der St. Pauli-Killer, der Vollstrecker. Zum ersten Mal in eigenem Auftrag. Pinzner war derjenige, der zwar die Tat ausführen wollte, aber er war abhängig von dem, was draußen passiert. Dass man ihm zuarbeitet. Und dieses Zuarbeiten hat seine Anwältin gemacht. Nur durch sie ist diese Tat überhaupt möglich gewesen. Nur durch sie ist Wolfgang Pistri gestorben. Kein anderer. Auch wenn Werner Pinzner den Abzug gedrückt hat. Die Tat begangen hat für mich die Rechtsanwältin. Zwölf Jahre lang war sie selbst Strafverteidigerin in Hamburg. Heute stand sie zum ersten Mal als Angeklagte vor der großen Strafkammer des Landgerichts der Hansestadt. In zweiter Instanz wird die Anwältin wegen Beihilfe zum Mord zu 6,5 Jahren Haft verurteilt. Zwei Drittel der Strafe verbringt sie weitgehend in Kliniken und als Freigängerin. Der Rest wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Anwaltszulassung entzieht ihr die Justiz nur auf Zeit. Über die Anwältin darf aus Gründen ihrer Resozialisierung nichts mehr berichtet werden. Pinzners Komplizen werden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt und leben bereits wieder in Freiheit. Staatsanwalt Wolfgang Bistri wäre vermutlich heute noch im Dienst.